Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok und zwar suchen wir Essen. Ich bin auf der Nahrungssuche und wir gehen jetzt mal in die Werkstatt, denn da haben wir einen Gefrierschrank. Unsere Schanztruhe. Was essen wir denn heute? Also wir machen das oft so, dass wir große Portionen haben und dann kleine Portionen einfrieren. Was haben wir hier? Da steht glaube ich Currywurst drauf. Das ist Kürbis-Suppe, das weiß ich, das war mit mir ziemlich viel. Was haben wir hier? Reis-Duyant weg. Das ist ja vielleicht etwas, was wir essen könnten. Ich schau mal wieder, komm mal hier. Tomatensuppe, Käse-Lärmsüppe. Mh, Marzia. Das ist auch ziemlich cool, aber das ist so wenig. Nudelschinken-Apfel auch. Nein, das ist so groß. Von hier noch mehr Kürbis. Was soll ich hier? Chili-Concana. Das esse ich mit Nudeln. Ich hätte mich gar nicht lustig zu kochen. Also den kommen wir heute Abend. Da koche ich. Da gibt es wie mich Wraps. Und bis dahin gibt es Chili. Wollen wir mal gucken, wie es den Schulkröten geht. Okay, da war gerade Hector. Oh, es sieht so schön aus. Ich sehe aber keine Mann Schulkröten. Heute ist es ziemlich stürmisch, nur ganz selten ist es immer ein bisschen sonnig. Hey Leo, wie geht's denn? Hier. Bist du glücklich? Das freut mich. Ja, irgendwo sind die bestimmt. Före ich nachher mal gucken. Jetzt mache ich erst mal mein Essen. So. Essen fassen. Ja, yum, 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 yum. Wir gehen jetzt zum Friseur. Jetzt sieht es noch schlimmer aus, weil ich frisch aus der Dusche bin. Und ich mir jetzt auch nicht mehr so viel Mühe gebe, das irgendwie anzuklatschen. Ja, ich fahre jetzt zum Friseur. Schnäpp, schnapp, weg. Und wir sehen uns gleich wieder. Tada! Wechsel die Haare. Endlich! Jetzt ist es auch schon zu spät. Leider wirst du jetzt auch schon gewesen sein, vermutlich, für heute. Deswegen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es euch gefallen. War wirklich ein kurzes Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Morgen. Morgen, was macht morgen? Irgendwas längeres wieder mal. So. Also, bis morgen. Ciao, ciao.